Die Taisersdorfer Ringer, die erneut nicht in Bestbesetzung antreten konnten, verlieren gegen Tabell 2. aus Ortenau. Die Kämpfe wurden gesponsert von der Körperwerkstatt. In der Klasse bis 8.90 kg zeigt Nico Schmidt erneut, dass er nicht nur einen Satzmann von Siebeweis hat. Nach einem rohen 17 zu 0-Punktgeführ kam er gegen das Ball zum Schiff. Herzlich willkommen bei uns in der Körperwerkstatt. Ich bin der Jan-Peter. Jetzt hat der Winter fast schon wieder begonnen, wenn ihr Lust habt und ihr wollt euch über den Winter fit halten. Montag und Mittwoch haben wir immer Training. Wer Lust hat, kann gerne kommen. Einfach bei uns kurz vorher anrufen. Viel Spaß! Bei den letzten Kämpfe kommen wir wieder auf das Konto. Der Taisersdorfer. Zunächst fangstattet der Kinoa gegen St. Kiro. Sein Aufgabensieg. Im Schlusskampf demonstrierte Marcel Kepler und 16 zu 0 gegen den sehr technisch eingestellten Igor Brunsch und seine Klasse. Das Interesse hat wieder aufgelöscht. Das ist eine Verwaltung für die Jungen, die in der Kinoa für die 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 Kinoa hier macht